Was geht ab, meine Hosee, Faito, Saru hier und wir kommen gerade von der Jump-Festa, von dem Livestream zu Dokkan und Lens. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video, bin auch Live-Freunde, aber ich drehe für euch quasi kurz, ne wirklich, ne, sehr kurze Zusammenfassung in Bezug auf Dokkan. In Legends wurde nichts gezeigt, Lens hat nämlich am Donnerstag seinen Reveats, Donnerstag, 13.12. um 15 Uhr werde ich auch Livestream, da werden wir dann die Infos zu ein paar Zeitcharakteren bekommen. So, in Dokkan haben wir aber die Charaktere bekommen zum Duel-Dokkan-Festival Ende des Jahres und ich habe ein Prediction-Video rausgehauen gehabt und mein Honorable Mention war, dreifache Goku gegen Kid Buu. Sehe da, heute haben wir vorgestellt bekommen, nur die SSR-Version, wir haben wirklich sehr wenig bekommen, nur das und die SSR-Version, Daumen hoch Goku, richtig cool, aber das Atom ist geil, ist erstmal ein Super-Sane-Goku gegen einen Kid Buu. Also, Goku gegen Kid Buu ist es für das Duel-Dokkan-Festival Ende des Jahres. Wir haben kein Datum bekommen, wir haben nur das bekommen, sie haben sich Infos aufgespart. Ähm, die Tage sollten wir News bekommen, weitere Infos, Details, Animationen und so weiter und so fort, denn, ähm, ja, was haben wir heute für einen Tag, warte mal, wir haben den 18.12. Ich sag's mal folgendermaßen, ähm, die kommen immer so am Ende des Jahres, logischerweise. Ich weiß, es ist Donnerstag noch so ein Tag, wo Banner droppen auf JP, also 30. könnte ich mir vorstellen. In dieser Woche stell ich's mir erst vor. Deswegen, die haben halt noch, die Woche haben die noch frei, so, wahrscheinlich zeigen die die Woche drauf, dann so Infos und so und so fort und dann droppen die Chars, also, das dauert noch ein bisschen tatsächlich, bis das kommt. Und die haben uns jetzt erstmal schon mal vorab ein bisschen Infos gegeben mit dem hier, nämlich ein Super-Sane-Goku oder ein Goku gegen Kid Buu, sag ich mal. Ja, inwiefern, dass dann, ähm, inwiefern die Charaktere dann sein werden, wenn sie Doku-Normig sind, darüber spreche ich ganz kurz. Bei dem Goku würde ich mir wünschen, dass ein, hm, also, hehehe. Eigentlich, also ich denke schon, dass wir irgendeine Art vom Dreifachen Goku bekommen werden. Ob's eine Transformation ist, Act is the Transformation, Unit Super Attack. Könntet ihr euch für Goku ein Revive vorstellen? Puh, jein, wenn dann nur, wenn man in diesem Revive vielleicht Vegeta mit einbezieht und Vegeta zeitschendet. Aber so eine Karte haben wir eigentlich schon, äh, Angel-Vegeta, deswegen schließt es eigentlich aus. Ähm, ich glaube, Kid Buu wird einfach Standalone direkt Kid Buu. Ähm, wobei ich mir bei dem eigentlich auch eine Art Transformation gewünscht hätte. Aber pass mal auf, bei Super-Sane-3-Goku, also ist auf jeden Fall kein Angel-Goku, ne, das ist Goku, so, deswegen wird es ein Super-Sane-3-Goku. Ob der jetzt als Super-Sane-3-Goku anfängt oder nicht, darauf will ich hinaus mal gucken. Ähm, bei Super-Sane-3-Goku würde ich mir für den Typus super physisch wünschen. Nicht, weil alle anderen schon gedeckt sind, ich meine, der ist crazy alt. Transforming-Unit, das ist ein L-E aus dem Movie, also nicht mal aus DBZ, aus End of Z, oder beziehungsweise aus dem Kampf gegen Kid Buu. Der ist ein Free-to-Play gegen Kid Buu, ja. Ähm, der ist auch nicht mal gegen Kid Buu und so ein Fort, und das sind alle so Angel-Gokus. Das heißt, merkt, ist schon witzig, oder? Findet ihr nicht? Es ist schon irgendwo witzig, dass wir einen, wir haben keinen gescheiten Super-Sane-3-Goku gegen Kid Buu. Wir haben auch keinen L-R-Kid Buu. Ah, apropos, ich glaube leider nicht, dass, also, was heißt leider? Ich gehe sehr stark davon aus, dass es keine L-R-Sein werden, sondern einfach nur T-U-R, U-R-Charaktere. Und deswegen bekommen wir, wir bekommen zwar einen neuen Kid Buu, aber keinen L-R-Kid Buu. Das wollte ich auf jeden Fall mal betonen. Ich würde mir trotzdem Super-Physisch viel wünschen. Super-Physisch ist gefühlt so ein toter Typusgrad, es sei denn, ich verwechseln, ich sei denn, ich habe irgendeinen vergessen. Wir haben, glaube ich, lang keinen guten neuen Super-Physisch-Doka-Fest-Charakter bekommen, oder? Also, für Goku würde ich mir Super-Physisch wünschen. Bei Goku wäre es natürlich auch geil, wenn sie irgendwie die Genki-Dama involvieren. Ich denke da gerne dann direkt an Legends, der Dreifahrer, Goku der 11, sein Legendary Finish, oder sein Finisher, sorry, sein Finale-Angriff, ist ja im Prinzip die Genki-Dama so. Bevor die Stimme versagt, vorher einen Schluck nehmen. Deswegen, ja, ob sie jetzt so diesen Genki-Dama-Move als Actress-Ziel geben, er irgendein, es könnte auch sein, wisst ihr was cool wäre, wenn er irgendwie so einen Switch hätte. Das wäre, das wäre ein bisschen ähnlich wie der Super-Scenen-3-Goku, der fängt als Super-Scenen-3 an und dann geht er doch, der geht dann einfach, der detransformiert sich so gesehen. Oder der geht einfach in Base-Ziel mit der Genki-Dama. Also, wenn er als Super-Scenen-3-Goku anfängt, hätte ich nichts dagegen. Wenn sein Actress-Ziel die Genki-Dama ist und er danach aber in Base-Zone bleibt, hätte ich auch nichts dagegen. Aber ist ein bisschen schwierig, ne. Ich denke, bei seinem Design könnte man schon einiges machen. Vom Leader-Skill her, warte mal, Final-Champ-Card, oh, es könnte sehr gut sein, dass er Final-Champ-Card-Leader wird, weil die, die wir gerade aktuell haben, sind Gogeta und Vegito. Vom Fünfjährigen ist er ein LR und die haben nur 150%. Klar, das ist der Free-to-Play jetzt, aber der hat halt nur 77%. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Goku 170% Attack-Defense oder halt 170% Attack auf jeden Fall für Final-Champ-Card gibt. Von dem, was ihr draufhaben könntet, Freunde, das überlasse ich euch, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, so früh am Morgen. Aber ich bin sehr drauf gespannt, weil eigentlich vom Designer kann man bei ihm einiges machen, das meine ich, mit dem Switch so. Ich würde gerne irgendeine Art von Switch sehen, in Super-Scenen-3-Base-Zone, so. Das würde ich gerne irgendwie sehen bei dem Goku. Wenn er eine neue Card 3 geben würde, wenn Final-Champ-Card die ältere ist, interessant, was man ihm geben könnte. Ähm, dann lasst mich auch mal überraschen. Bei Kid-Boo habe ich ein bisschen mehr zu sagen, Freunde. Kid-Boo, hehehehe. Also, Int und Physis schließe ich aus. Es sind zwar ältere Charaktere, aber wir haben schon Int und Physis-Dokern-Fest-Kit-Bus. Mh. Argel ist auch schon sehr alt. Strength ist ein Free-to-Play. Tech ist der Buff-Boo. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, ich hätte mir gewünscht, dass Kid-Boo ein Transforming-Unit wird. Nämlich von dem Buff-Boo in Kid-Boo. Dadurch, dass die SR schon im Prinzip so ist, die SSR, sorry, schließe ich eigentlich eine Transformation aus. Aber ich denke, es wird ein Stand-Along-Kid-Boo. Wäre nicht verkehrt, weil die Kid-Boo, die wir so oder so haben, eigentlich, also wäre es gut, wenn er irgendeine Art und Weise Transformation hätte. Dann könnte man zumindest mal mit dem Spiel, der hat ja auch ein E-Sale bekommen, so. Wisst ihr, was ich meine. Aber wundert euch nicht, falls es wirklich nur ein Stand-Along-Kid-Boo wird. Ähm, ja. Transformers habe ich mir eher gewünscht. Könnte trotzdem, dass eine Transformation irgendwie haben könnte. Wenn ich mir einen Typus wünschen würde, ich meine, Android 17, 18 sind schon Extreme Tech, die sind jetzt online. Könnte aber trotzdem sein. Argel würde ich mir nicht wünschen, wir haben sehr viele Argel-In-Charaktere, bla bla. Oder Extreme Strength würde ich mir wünschen für Kid-Boo. Bei Kid-Boo, ich gehe stark davon aus, dass Kid-Boo als älteren Karton-Leader Margin-Boo-Saga haben wird. Weil die aktuellen Margin-Boo-Saga-Leader, die richtigen, die Dokkan-Fest-Leader, sind alle Superclass. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass er der erste Extreme-Class Dokkan-Fest Margin-Boo-Saga-Leader wird. Bitte kein 150%. Könnte aber auch sein. Könnte sein, auf alles 150%. Als zweiten Leader-Skill wünsche ich mir schon seit Jahren eine Regen-Kategorie aus Legends. Das ist eine richtig, also in Legends ist es ein richtig starker Tag. Da sind im Prinzip Regens-Charaktere drin. Ne, 150. Willst du, dass es geil wäre, wenn Kid-Boo zum Beispiel, ähm, Attack und Defense 170% gibt und HP 150% und Ki-3 für Margin-Boo-Saga und der Regen-Kategorie dann. Die Regen-Kategorie würde ich feiern. Kannst euch mal ganz kurz zeigen, so, was in Legends da für Charaktere drin sind. Ich feiere die Kategorie wirklich sehr. Das würde ich mir eigentlich für, ähm, das würde ich mir für Dokkan echt auch wünschen. Da sind einige Regen-Karakterere drin. Äh, äh, bisschen, sorry. Einige gute Charaktere, die ganze Cell, Kid-Boo. Wundert euch nicht, das ist so ein Duo-Charakter, das sind Go-1, Piccolo, das Ding ist da drin. Äh, die Janemba, Baby, Boo, Android, äh, 21, Zamas und so und so fort. Also, da, Metal-Cooler, ne? Also, das ist schon eine sehr starke Kategorie. Das würde ich echt feiern. Baby-Zam, so. Ja, Freunde, ansonsten, äh, bleibt mir nicht viel zu sagen. Lass mich gerne wissen, was ihr denkt, ähm, was der Kid-Boo draufhaben könnte. Ich gucke mal kurz in den Chat rein, was die äußeren Girls denken, also, früher am Morgen. Finishing-Move vielleicht, meinst du, für Goku, ne neue Kategorie. Ähm, Finishing-Move. Ja, es wäre aber ein bisschen ähnlich wie Final-Jump-Card, mehr oder weniger, aber könnte sein. Äh, für Kid-Boo habe ich hier irgendwas mit nem Heal gelesen, richtig? Ähm, so, ja, ein Heal, neue Kategorie. Achso, neue Kategorie, Sleep and Heal, meinst du. Okay, okay. Ja, apropos, ähm, bei Kid-Boo könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht so ein Active-Skill-Buff hat. Wenn er Standalone-Kid-Boo ist, hat er trotzdem Active-Skill, wo er es einfach so bufft oder so. So Permabuff bekommt. Ein Support-Anspekt bei Kid-Boo wäre auf jeden Fall nie verkehrt bei Kid-Boo. Ich sage, Kid-Boo haben eigentlich schon geile Link-Skills. Aber wenig Keeling-Skill. Ähm, deswegen würde ich mir, ich würde mir einen Support-Aspekt für ihn wünschen, definitiv. Gerne für seine neue Kategorie dann. Oder gerne auch für Majin Buu-Saga einfach. Das wäre doch geil, Alter. Das wäre richtig geil. Wenn Kid-Boo Majin Buu-Saga-Leader wird, hast du Double-Lead Kid-Boo, dann hast du zwei Supporter. Kannst von mir aus auch rein raus sortieren oder einen behalten mit LR Buan in der Relation. Dann spielt er eine Vegito-Relation. Das wäre richtig geil, meiner Meinung nach. Oder er wird dann quasi für seinen neue Kategorie Regen ein. Okay, ich nehme auch eine Sache rein, dann mache ich Schluss. Ich würde mir wünschen, dass Goku defensiv ist und Kid-Boo offensiv. Ja, Leader-Skill technisch für Goku, Leader-Skill und neue Kategorie. Bei Kid-Boo Resurrected Warrior und neue Kategorie. Okay. Last resort könnte sein für Goku. Bei Kid-Boo fällt mir nur Resurrected Warrior ein. Oder Kid-Boo wird, wie du sagst, Majin Buu-Saga. Kid-Boo Active-Skill schlafen und dann Attack-Defense-Buff plus healen. Das wäre auf jeden Fall auch was. Warum nicht? Best-Kategorie für Goku gleich. Ey, ist ein starker Gegner, wenn ich ihn beiße. Hast du die beiße? Ey, überleg mal, die bringen irgendwie so die beiße Kategorie rein. Jedenfalls, meine Damen und Herren, so viel zum heutigen News-Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wie Charaktere erscheinen. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet, wie ihr das findet. Und dann sieht man sich auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace.